tagtäglich ist zurück heute am 25.01.2016 geht es bei uns um neue gerüchte zum samsung galaxy s7 dem kommenden top smartphone der koreaner dass die auf dem mwc vorstellen werden daimler chef hat sich zu den autoplänen von google und apple geäußert und zwar wohlwollend die kollegen von giga windows haben das microsoft flagschiff lumia 59xl getestet und eine kleine app empfehlung haben wir auch noch für euch gleich nach dem intro das ist berlin das ist giga tech endlich wieder a sagen ich bin amir tech täglich ist zurück heute am 25 ersten geht der tag täglich nach extrem langer winterpause zugegeben und entschuldigung dafür wieder an den start aber ihr seht das schon schöner und besser und toller als je zuvor und ich würde sagen so viel zur entschuldigung und zur erklärung wo wir so lange waren also winterschlaf haben wir einfach gemacht gehen wir in die themen des heutigen tages rein das samsung galaxy s7 ist im moment bestimmt das heiß diskutierteste gerät in der mobile welt wird er voraussicht nach ende februar auf dem mbc oder kurz vor dem mbc von samsung vorgestellt tagtäglich tauchen neue gerüchte zu diesem flagschiff smartphone auf und jetzt gab es heute eine neue meldung die neben den all bekannten gerüchten die die ganze zeit herum schwirren also micro sd kartenslot ist wieder da es gibt ein paar infos über die farben infos zur kamera das soll eine die soll eine f1.7 blende haben ist eine sehr interessante meldung dazu wo habe ich sie denn jetzt dass das gerät bereits am 11 märz in den handel kommen soll also gehen wir davon aus dass samsung das s7 am 21 februar vorstellt dann soll das am 11 märz schon in dem hand im handel sein bislang war es immer so sagen hat ungefähr einen monat gebraucht nach der vorstellung bis das gerät in den handel kam diesmal wären das irgendwie zwei wochen also da bin ich gespannt ob sich das tatsächlich so ergibt hier klingelt ein telefon wahrscheinlich ruft samsung gerade an und korrigiert das jetzt wieder was ich erzähle alle news alle gerüchte der aktuelle kenntnisstand zum galaxy s 7 findet ihr auf giga.de slash android und dann gehen wir rüber zu den kollegen im apple ressort die haben eine interessante meldung und zwar daimler chef zetsche der hat ja vor einigen jahren wie alle großen automobilchefs noch gelacht über die ambitionen des silicon valley bezüglich automobil und selbstfahrende autos und sowas jetzt sieht das anders aus daimler chef zetsche hat jetzt gesagt in einem interview mit reuters apple und google können mehr als wir dachten tja apple und google können eben doch mehr als wir dachten worauf auf was für informationen er sich da beruft und woher diese erkennnis hat ist nicht ganz klar es ist die rede davon dass er wohl kürzlich mit führenden daimler managern 70 unternehmen im silicon valley besucht hätte anzunehmen dass da auch apple drunter war und dass man vielleicht dann hinter verschlossenen türen ihm gezeigt hat wie weit man ist man kann jetzt darüber spekulieren wohin das ganze geht also ob jetzt apple und google dann selber autos bauen oder was ich für wahrscheinlich halte dass die kooperationen machen das heißt die technologie an der google und apple da jeweils separat arbeiten dass die sich über kurz oder lang dann in mercedes zum beispiel wieder findet und dann schauen wir noch ins giga windows resort da haben die kollegen das windows windows phone flagschiff schlechthin das lumia 950 xl getestet ich nehme jetzt noch nicht vorweg wie sie es finden oder wie sie es bewerten das lest ihr im ausführlichen test auf giga.de slash windows alle diese news die ich gerade genannt habe sind unten verlinkt also findet ihr im artikel oder auf youtube oder je nachdem wo ihr gerade guckt und könnt ihr euch in ruhe durchlesen so und dann habe ich als rausschmeißer noch eine kleine app empfehlung das ist jetzt neu im tag täglich dass wir euch am ende des tag täglich immer entweder eine app empfehlen oder vielleicht auch ein gut deal wo ihr günstig irgendwie festplatte oder smartphone kaufen könnt heute eben eine app empfehlung und zwar hat der kollege oliver am jank oliver am sonntag einen artikel dazu geschrieben viele nutzer von smartphones haben ja vielleicht das problem dass sie bestimmte apps immer wieder nutzen aber dafür erstmal dann in den app drawer müssen oder der homescreen ist schon voll mit shortcuts und da passt nichts mehr hin deswegen die app shortcut shortcuts die legt einfach in die benachrichtigungsleiste bis zu sieben apps in einer so einer reihe und da kann man ganz schnell runterziehen und dann die app aufrufen die man da eben ständig aufrufen wird ist kostenlos macht auch nicht viel mehr als das finden wir aber ganz praktisch link dazu zum artikel auch hier drunter und dann eben der link in den google play store wo ihr euch die für android installieren könnt ja das war der tag täglich vom 25.01.2016 wir sind wieder zurück ich freue mich darüber wir sehen uns dann morgen wieder und ja tsche sagt auch noch mal tschüss ich sage auch tschüss macht euch einen schönen abend bis dann